Mein Name ist Habibe Korkma-Zallmann, ich bin 39 Jahre alt, verheiratet, lebe in Leichlingen. Momentan bin ich auf einer IMC, da bin ich halt im Nachtdienst tätig. Ich bin ein Nachtdienstmensch und ich habe einen pflegebedürftigen Vater, damit ich das Ganze einfach unter einen Hut bringen kann. Und da hat mir aber auch Pensum sehr viel geholfen, muss ich sagen. Ich war zwischenzeitlich mal nicht bei Pensum gewesen, auch aus dem Grund. Ich bin dann letztes Jahr wieder zurück. Und die haben mich natürlich mit offenen Armen wieder empfangen, was ich halt sehr schön fand. Ja, weil da kam mir Pensum sehr entgegen.